Musik Wir beginnen mit dem Ostermenü in drei Gängen und starten mit der weißen Tomatenschaubensuppe. Wir nehmen die Tomaten, schneiden die uns schon mal ein bisschen klein. Man kann für diese Suppe eigentlich jede Tomate nehmen und dazu gibt es Basilikum, Thymian, Salz, Zucker und etwas Knoblauch und Schalotten. Schön mediterran, etwas Rosmarin. Mehr braucht es dazu auch gar nicht, wir gehen gleich zum Mixer rüber. Wichtig ist bei dieser Suppe, dass ich es einmal kurz durchmixe. Wenn man zu Hause keinen Mixer hat, gar nicht so schlimm. Alles reingehen mit dem Topf, Stabmixer reinhalten, das Ganze einmal schön vermengen. Jetzt erwärme ich das Ganze einmal ganz kurz und dann kommt der ganze Geschmack zur Geltung. Die meistgestellte Frage bei mir im Rosini ist immer, wie wird die weiße Tomatensuppe weiß? Dieser Saft, der in der Tomate rausläuft, wenn man es hier drauf drückt. Und genau den brauchen wir, den weißen Saft. Und dazu habe ich alles einmal gemixt, weil das Fruchtfleisch ist gar nicht so wichtig. Braucht nur den Saft. Der Tomatenfond ist jetzt warm, die Geschmäcker haben sich miteinander verbunden. Dazu brauche ich jetzt aber nochmal ein Passiertuch. Ich habe ein Passiertuch. Man kann zu Hause aber auch gerne einen Kaffeefilter nehmen oder ein Geschirrtuch. Es funktioniert beides. Wir brauchen nur irgendwas, wo die Tomate aufgefangen wird. Und jetzt kann man sehr gut sehen, wie der weiße Fond schön rausläuft. Der Saft ist unser Geschmack, das ist unsere Suppe. Man muss aber das übrige Fruchtfleisch ja auch nicht wegschmeißen. Man kann daraus machen eine Tomatensoße oder eine Bruschetta. Einfach schöne Nocken ausstechen. Der ganze Geschmack, da muss gar nicht viel ran. Vielleicht einen kleinen Schuss Sahne und schon hat man eine Tomatensoße. Zur Suppe habe ich natürlich auch den passenden Schaum. Und dafür habe ich mir überlegt einen Vanilleschaum. Wir nehmen die Milch. 200 Milliliter sollten genügen. Eine Vanilleschote. Hier ein bisschen flach drücken mit dem Messer, damit man sie besser halbieren kann. Und mit dem Messerrücken, damit unser Messer auch nicht stumpf wird, kann ich jetzt ganz vorsichtig hier das Vanillemark rausnehmen. Und dann geben wir sie in den Topf. Wir geben aber in unsere heiße Milch nicht nur das Vanillemarkt, sondern auch die ganze Schote. Wir schieben unseren Vanilleschaum schon mal ein bisschen auf die Seite, lassen den ziehen. Was uns jetzt noch fehlt, ist etwas Sahne. Braucht nicht viel. Zack. Das wäre vielleicht auf die Menge, sind das 50 Milliliter. Dann habe ich einen Stabmixer. Nehmen ein, zwei Butterwürfel. Bei der Suppe ist halt wichtig, nicht zu viel Sahne reingeben. Ansonsten schmeckt man die Tomate nicht mehr richtig raus. Einen kleinen Schuss, einen kleinen Esslöffel Butter. Suppe ist fertig. Dann schauen wir mal auch, was wir noch dazu brauchen. Ist an der Seite vom Tellerrand. Ein bisschen Dekoration. Wir haben alles vorbereitet. Wir haben alles geschnitten. Lüffelmozzarella, die Tomaten, die Avocado. Das Ganze habe ich jetzt noch mal vermengt mit etwas Balsamico-Essig, Olivenöl, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker. Und jetzt kannst du zum Anrichten gehen. Die Vorspeise unserer Ostermenüs ist jetzt fertig. Die weiße Tomatenschaumsuppe. Und ganz ehrlich, sie sieht nicht nur gut aus, sie schmeckt auch noch. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ich wünsche Ihnen die Begriffe von der Seite.